Ah, zu lang. Okay. Keine Freunde oder so? Kontakt! Locken und laden! Oh, ich merke gerade, ich genießt ihre Hilfe. Ganz, ganz geil. Wer da? Alter! Ja, so macht das keinen Sinn. Er kommt noch mehr Besuch. Ich bin tot. Ich hole Dex. Der andere Körper zur Raffinerie kommt. Da ist ein bisschen Schäfer. Ja. Ich helfe mal kurz dem Otter. Und dann hole ich den Dex. Mit meinem Kamal gibt es auf jeden Fall Viecher. Ah, hier hat schon jemand angefangen, Röhrchen zu bauen. Ach, die muss man in der Zwischenzeit nicht abstellen. Alles klar. So. Hast du dir da einen Tunnel gepackt, oder? Ja. Ah, okay, ist hier. Moment, das ist dort ein Moment. Da ist dort eine Sekunde. Oh, das ist hier. Oh, ich bin lustig. Ich komme. Entgast du dich vielleicht mal freundlicherweise? Normalerweise macht das dann immer kurz an, aber... Tatsächlich, wenn du dein Ding ins draufhältst, mit deinem... ...werfst Flammen, Flammenwerfer, entzündest du das Gas. Das ist eigentlich brembar. Ja, das mache ich ja. Auch gerne mal mit Absicht. Ja. Kannst jetzt dein Tunnel quasi, dein Rohr quasi durchlegen. Das klingt komisch, aber ja, du weißt, was ich meine. Ist aber tatsächlich genau das, worauf es ankommt. Ja, dann. So. Warten. Wo ist denn der Satie-Schuh? Ah, er ist da oben. Genau. Ich habe das quasi schon mal hier vor die Haustür gelegt. Dann kannst du das wieder durchzimmern. Komm, auf geht's. Nimm dich hier. Nimm dich hier. Achso. Aus Gründen. Trust me. Nimm die hier. Du, du, du. Pipe goes here. Pipe goes here. Schön, schön, schön. So, wie viel haben wir denn? 260, wenn es läuft. Okay, ja, dann dreht das. Na nett. Okay. Und du? Ich komme mal zu euch. Pipe ist gelegt, würde ich behaupten. So. Und jetzt kommt er mal... Kommt er mal... Kommt er mal zur... zur Raffinerie. Da kann es schon sehen. Ja. Was fällt euch auf zwischen... Juhu, man kann auf dem Rohr langrutschen. Dem Teil. Und dem Teil. Schlafen. Oh. Richtig. So. Ah. Mhm, 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 mhm. Mhm. Was ist da? Ist da bereit? Natürlich kraften. Achso. Grinden. Grinden. Mhm. Ne, nicht grinden. Man kann auch grinden, aber man muss tatsächlich an diesen lustigen... ...knotenpumpen stehen bleiben und muss ein Ölkännchen drauf haben. Vielleicht kann ich ein 363. 7, 8 Leben. Das kann kein Regenböse. Ne, das kann jeder aber... du musst halt warten bis das vorherige Teil fertig ist. Genau. Du kannst halt nicht jeder zum Ding anfangen. So, das war das 1 von 3 Cool, ich kann bergaufkraten, wie auch immer das funktionieren soll, aber ich kann es Du bist ein Zwerg, du kannst alles Richtig So, und wenn man jetzt die Steuerungstaste gedrückt hält, dann sieht man, wo die anderen haben Kontakt Ach, das ist ein bisschen Au Shellbugs, geht stärken So, wenn man sich die ein bisschen jetzt anguckt Wenn wir hier in der Refinery stehen und drücken Steuerung, stellen wir fest Der eine Pumpjack, der ist dann noch da oben und der andere ist da oben Das heißt, man kann die Pipe hier durch den Berg legen, wenn der Dex so lieb ist Und man kann die Pipe hier halt da durch den Berg legen, wenn der Dex da durchbuddelt Das ist aber der Grundsatz, warum ich gesagt habe, nimm die Weil sonst machst du nämlich irgendwann Rohr-Spaghetti Und trust my experience, Rohr-Spaghetti ist scheiße Ich mag Spaghetti-Fabriken Ja, aber es ist blöd Also du wirst gleich feststellen, was dann passiert, wenn wir hier weitermachen Und dann wirst du merken, warum Rohr-Spaghetti scheiße sind Ja, ich verstehe es Dann kannst du nicht mal surfen Ich weiß, dass das auch lustig ist, aber pssst Dann ziehe ich das Rohr und irgendjemand baut hinter mir, oder? Ja, ich bin Ach, verdammt, ich habe nicht eh Du musst einfach schon das Rohr verlegen, junger Mann Entschuldigung, ich bin alt, das klappt nicht mehr so gut Ah, herrlich Ja, da Für mich genau sogar Was, du kannst dein Rohr auch nicht mehr so gut verlegen? Ne, ich kann mein Rohr sehr genau verlegen Und man kann auch, äh, tatsächlich geht es schneller, wenn man quasi die zweiten Ja Boink Der dritte, dafür müssen wir nochmal runter Kommt so weit Die Tunnelse für die Pipelines quasi immer vom Also entweder du stehst am Am Pumpjack und guckst zur Refine ein Oder du machst das andersrum Das ist immer das Beste, was du meinst Dann können wir starten die Extraction-Sequence Ja Ist das, ist das drüben? Na, okay Boah, hier Ich hat, äh, hat er schon die zweite Rohr hingelegt Äh, die Frage ist, wo du jetzt gerade bist Oder kommst du von oben runter? Kommt gerade von oben runter Und ich, äh, hatte so einen Ball, deswegen Achso Ich bring den mal mit Dann schaue ich mal, dass ich zu dir komme Dann kann ich den Ball abnehmen Nee, ich kann ja grind Achso Ich sehe, da hinten hat ein Ingenieur noch einen Gangseed Das sagt mir das Spiel Ja, ich habe tatsächlich auch gerade, äh, mich dumm eingesteuert Und ich höre schon wieder so lustige Wellengeräusche Rolli Roll, Rollviechis Ja Also Shellbacks Und normale Runs Oh, shit Oh, entbrückte Donator Ja, herzlichen Glückwunsch Ihr habt einen Spezialgegner gefunden In eurer dritten Mission Ja, du kippt Ja Jein Jetzt habe ich keine Munition Dann hol dir welche, trust me Mhm Und geh da raus Achtung Großes Viech nach oben Ach, die Munition hier unten ist durch Ja, gut So, macht mal bitte keinen Schaden mehr auf das Fee Nein, hier lieber nicht Äh, ich grinde mal hoch zum... bin mal weg Ähm Ich hole hier oben bei der einen die Munition Otter, lauf Ja, guck mal, dass du da unten rauskommst über irgendwie in der Sip-Line oder so Äh, ich habe das Gefühl, das Shellback-Ding verfolgt mich, kann das sein? Jemand, der gerade keine Munition braucht? Ich Gut, dann nehme ich deine Ähm, die Munition Okay, ähm, Otter, bleib mal da hinten unten Und guck mal, ob das Viech mir nach... Ja, das Viech kommt mir gerade danach, sehr schön, alles klar Alles wieder entspannt So, ist jemand in Sicht... Nee, ist niemand in Sicht, die nützt mir Das ist noch besser Sehr dich Wenn du eine Schusslinie hast, die holst mal das Ding weg Und weg davon, bitte Schusslinie ist derzeit nicht verfügbar Weg, 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 weg Oh, der Otter ist tot Der Otter hat das weg, glaube ich, nicht gehört Doch, der Otter kam nicht mal schnell genug weg Ah Also, er ist schon gehüpft, was er konnte Nicht schnell genug Oh, das ist ja fancy, das Loch Aber ich war ja auch schon verdammt angeknabbert In der Range wird das egal gewesen, tatsächlich Okay So Wir müssen noch da hoch Mit dem Wir bleiben direkt hier Pause Die Pause Das war ein bisschen Ja, merk ich auch Mach dir nix, das ist eben in zwei Sekunden wieder weg Ja, komm jetzt Au, alter, das tat doch weh Shit Was bist du? Das war, was ist das für ein Ja, das ist ein Oppressor Der hält ein echt Ding aus Ja, ist ja auch ein Ist ja auch ein Oppressor Und ich glaube, er ist nicht alleine Und ich glaube, er ist nur ein Gestalt Nicht nur einen In der Nähe Du kannst du Was für ein Was für ein Du kannst du Willste Pfiff Du Durch Sau Hör Hast du Ich Lass Du Du Es Du Hör Ich Du Du Wie Das Du Ah, Mentoriana, der Griffiths, Mentoriana, der Dian. Aus der Ammo! Die Schild ist wieder bereit! Wir können nicht weiterpipen, oder? Welche wohl denn was denn? Wir können nicht das eine Pump checken mit dem anderen von hinten hin. Nope, du musst immer von der Refinery aus. Das heißt, wir müssen... Genau. Die dritte Line, die quasi an der Refinery angefangen ist, muss halt noch verbunden werden. Und wir brauchen halt dazu hier noch ein Tüdelchen. Hier ist Line, hier ist Tüdelchen. Also hier brauchen wir Tüdelchen. So, wo geht die Line los? Direkt unter dir. Lass los. Fall runter. So, da ist der Pumptschrank, alles klar. Achso, du bist gar nicht. Ich hab mein Ei verloren. Wir finden das Ei! Otter? Ja? Da, guck mal zur Refinery. Ah. Ich hab's hinterher geworfen. Ich war so froh und hab nachgeliefert. Quasi Nachsenderauftrag und so. Ich bleib mich mit beim Ei gespielt. Naja, wenn's ihm Spaß macht. Jetzt musst du dein Geh nach oben. Wir nutzen mir nix mit Bohren. Bohr gefälligst durch die Luft. Bohr ein Tunnel in die Lidl. Soll ich bohren? Pipes up. If only someone would help you build. Ah, jetzt kann ich. Ja, dann halt so. Ja, was war das eh? Pipesurfing ist der Beste. Pipesurfing ist der Beste. Was hab ich denn gerade wieder gehabt? Die Sprüche sind 50% der Spielqualität. Ja, hab ich auch das Gefühl. Oh, so weit fliegt doch gar nicht. Ach, die Spielqualität ist wunderschön. Ach, wir machen jetzt gleich einfach fertig und das ist gut. Lass dich nicht hier aufbinden, Mann. Oh, neu Rufi. Genau. Das ist alles. Das ist einfach mal kompast. Ja. Oh Gott, ich hab die Hose von mir. Hab ich gesehen. Nein. Aber hab ich sie doch extra vor zwei Jahren noch gewechselt. Und die Liquid Morkite ist wunderschön. Zurück zur Refinery und starte die Pumpsequenz. Jetzt wirst du was auch noch machen. Die Supplydrop hat geordert und ist auf der Weg. Lass den Operator. Ich nehme ein bisschen der Ammo. Oh, das ist nie besser. Schau an die Sparke. Na komm. Bis der Supplydrop da oben, den ich getroppt hab, eigentlich schon. Ja. Da ist noch eine Muni. Eine Patient drin. Die hol ich mir mal. Uns fehlen auch noch drei Schleime-Same. Ja. Ich will mal so umgehen. Tendenziell von der Karte her, sag ich mal. Hä? Hä? Sagst du mal, ja. Hm. Ich hab keine Ahnung. Hier ist noch einer. Aber wir haben ja gelernt aus diesen runden Dingern irgendwo. Ach, da ist noch einer. Da ist noch einer. Äh, soll ich? Dann kannst du mal... Säcke, das sind wie die, wie die Sack-Hodensäcke bei... Äh, nicht schon wieder Hodensäcke. Ja, Säcke. Aber man kann mit den Säcken... Man kann mit den Eiern... Das klingt so falsch. So, jetzt ist es noch eins. Ah. So, jetzt können wir auf dasstyley Karte her. So, jetzt geht's. So, jetzt gehen wir auf das Telefon. So, jetzt gehen wir schon mal. Dann kann es gehen auf das Telefon. Messer 했습니다 ist zum Bürgansäcke.